Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Heute haben wir einen Gierzeck mit dem Rennen. Hä? Was? Jetzt müssen wir den Rennen, den Schlesen Kläfer ausprobieren. Schau mal, ob das tut. Ziel wäre, dass wir den Kaffee heiß bekommen. Wir treten auf die Flasche, dann heisst der Kaffee. Hier haben wir eine Kamera, die filmt. Hier ist eine Kamera, die filmt. Das war's, das war's. Ich drehe da, bis die Flasche. So war's, dass ich den Kaffee heiße. Die Flasche schlappern können wir unsriert haben. Die Sonne überlassen wir uns. Hier sind alle in der Flasche. Hier sind noch einen Gericht. Eine Fertigung des Berge von Sturz ist. Jetzt kommt es sich, Schlesen nach dem Kaffee auf, dass er nach einem Kaffee aus von Kaffee. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.